Ja Leute, ich bin wieder dumm gewesen. Ich bin wieder auf Mabos Trick reingefallen und zwar ist da eine scheiß Note, mit der ich einfach hier mein P-Switch holen kann. Ich denke auch viel zu kompliziert, Mensch. Und das scheiß Schild zeigt nach rechts und will mich dann betreuen. Na, da hast du es aber geschafft, ey. Jetzt muss ich auch noch warten. Ich kann dich aber eben killen, solange ich warten muss. So, ein bisschen vorspulen. So. Zuerst mal schnell zum Ziel, Mensch. Ziel, danke. So, das nächste Mal machen wir auch noch. Dark Lava Mines. Keine Zeit verlieren wir. Oh, dunkel. Ziemlich dunkel sogar. Aber hier haben wir Licht. Doch nicht. Warum bin ich hier so langsam? Slowdowns? Ist glaube ich extra, dass man hier etwas langsamer ist. Meine ich. Ach, ich muss eh da oben lang. Ey, die Dry Bones kommen aber schnell wieder, ey. Hüah! Danke, ich wusste, dass das geht. So. Nein. Gerade noch geschafft. Junge, wie langsam bin ich denn hier? Heftige Scheiße. Ich habe vergessen, mich festzuhalten. Ich muss da bestimmt nicht hier. Ich gehe mal direkt weiter. Weil es hier ja kein Zielgüt gibt, glaube ich. Ich glaube, der in dem ganzen Heck gibt es keine in den Castles. Gibt es ja eigentlich auch nie. Von daher, hier können wir hin. Ein bisschen Powerpolen, der unsichtbar ist. Warum auch immer. Oh, fast die Lava bewählt. Sehr gut. Sehr gut. Das war nicht sehr gut. Aber das war wieder sehr gut. Ich gehe mal hier hoch. Und weiter. Da unten war noch eine Coin, aber die brauche ich ja nicht. Wenn die Musik leise ist, werde ich automatisch auch leise mit der Stimme. Das ist irgendwie immer so. Okay. Und das war's. Wir können sogar noch eins machen. Wow, zum ersten Mal ein Bonuslevel. Okay, dann gibt es hier ein Secret. Gumbas at work. Ach. Hier können wir hochlatschen. Hier gibt es einen Schlüssel. Das weiß ich wieder. Das sieht richtig cool aus. Was mag ich? Seht ihr das an den Wänden? Wie transparent und wie cool der Effekt aussieht? Richtig gut. Wow. Da kann ich sogar langlaufen. Guck mal hier nicht. So, hier war irgendwo ein Keyhole. Den muss ich jetzt mal suchen, weil ich nicht mal genau weiß, wo. Ob der jetzt schwer zu versteckt war oder nicht schwer. Schlüssel war ja relativ einfach zu verstecken, aber es gibt doch immer einen Haken. Musik wie der Ost-Und-Keycon-Country. Kann ich hier nicht. Okay, ich dachte schon. Wollte schon sagen. Da kann ich doch. Keyhole, wo bist du? Wo ist das? Wo ist das? Wo ist das? Bist du hier unten? Nee, hier kann ich nur den hier holen. Okay. Ach ja. Na, wo war's denn? Da oben. Okay. Doch easy. Jetzt kommen wir direkt hierhin, aber ich mach erstmal nochmal. Äh, the hell heißt das, was gleich kommt. Okay. Aber es ist noch Zeit da, um das Level nochmal hier normal abzuschließen. So, da können wir uns auch beeilen, äh, dauernd lang. Da war der Notenblock. Oh, das war knapp, du blöder Gumba at work. Gumba ist bei der Arbeit. Ja. So, hier waren wir gerade. Nein, das war fail. Muss ich ja ernsthaft warten. Ich hasse warten. Ja. Okay, das Ziel müsste auch da sein. Super. Und würde ich sagen, wird der nächste Part der letzte sein. Macht euch im nächsten Part auf ein episches Finale gefasst. Tschö, tschö.